Hallo und herzlich willkommen bei Gartenzeile. In einigen Videos haben wir euch gezeigt, wie ihr den Nacktschnecken eine Falle stellen könnt. Häufig fragt ihr dann, wohin mit den Schnecken. Eure Ideen dazu werden viel diskutiert. In diesem Video überlegen wir, wie es mit den abgesammelten Schnecken weitergehen kann und zeigen euch die jeweiligen Vor- und Nachteile auf. Wir wünschen euch viel Spaß beim Schauen. Es gibt viele Möglichkeiten, Schnecken in eine Falle zu locken. Das haben wir euch ja schon in einigen Videos gezeigt. Ein paar davon verlinken wir unten in der Videobeschreibung. Ihr fragt häufig, ob mit den Fallen nicht auch die Nachbarschnecken angelockt werden. Insbesondere, wenn die Fallen aus Bananenschalen oder Gurken bestehen. Tatsächlich können Schnecken ihr Futter bis zu einer Entfernung von 50 Metern wahrnehmen und dabei sogar verschiedene Salate unterscheiden. In einer Nacht kriechen die Schnecken bis zu 25 Meter weit. Das bedeutet, dass ihr die Schnecken durchaus aus größerer Entfernung mit euren Fallen anlocken könnt. Wahrscheinlich sind sie jedoch schon bei euch, weil sie den leckeren Salat riechen. Wenn ihr Fallen auslegt, dann solltet ihr morgens durch das Beet gehen und die einzelnen Schnecken absammeln. Besonders in verregneten Zeiten können dabei viele Schnecken im Sammelbehälter landen. Sie zu entsorgen, ist nun der nächste Schritt. Dabei gibt es viele Überlegungen. Schnecken in den Wald oder Park bringen. Einige von euch schreiben, dass sie sogar mehrere Kilometer fahren, um die Schnecken im Wald, Park oder auf einer Wiese abzuladen. Da die Schnecken nur 50 Meter weit riechen können, ist solch ein langer Transport nicht nötig. Das Abladen in Wäldern oder in anderen natürlichen Gebieten stellt zudem ein Problem für die Umwelt dar. Spanische Wegeschnecken sind vor allem in Gärten verbreitet und haben dort auch ihre natürlichen Feinde, die insbesondere die Eier und Jungtier fressen. Es wird beobachtet, dass einige Wälder zunehmend mit den spanischen Wegeschnecken belastet werden. Dort fressen sie unter anderem Jungpflanzen ab. Samen, die durch den Darm der spanischen Wegeschnecke gewandert sind, sind zudem weniger keimfähig als die Samen, die von anderen Schnecken aufgenommen wurden. Wir können also nicht dazu raten, die Schnecken in der freien Natur abzuladen. Lebende Schnecken auf den Komposter. Der Komposter ist für die Schnecken ein gefundenes Fressen. Dort finden sie besonders viel Nahrung. Zudem wird der Komposter von den Schnecken gerne zur Eiablage verwendet. Dadurch könnt ihr die Eier mit den Humus später in euren Gärten verteilen. Zur Vorbeugung solltet ihr den Komposter im Herbst umsetzen, um die Eier freizulegen. Schnecken mit Salz töten. Mit Salz auf die Schnecken gestreut, entzieht es ihnen die Feuchtigkeit und Flüssigkeit. Das führt zu einem qualvollen Tod. Deshalb raten wir von dieser Methode ab. Generell solltet ihr auch kein Salz auf dem Boden verstreuen, da dieses die Umwelt belastet und anderen Tieren und auch euren Pflanzen schadet. Schnecken mit kochendem Wasser töten. Kochendes Wasser soll eine schnelle und effektive Tötungsmethode sein. Dennoch wurde bei Weinbergschnecken beobachtet, dass sie Stressreaktionen zeigen, wenn sie lebend ins Kochwasser gegeben werden. Wie lange das Leid einer Nacktschnecke ist, lässt sich nur schwer abschätzen. Es wird jedoch kürzer sein als bei Weinbergschnecken, da die Nacktschnecken kleiner sind und sich nicht in ihr Haus zurückziehen können. Schnecken durchschneiden. Viele Gärtner und Gärtnerinnen durchtrennen die Schnecken mit einer Schere. Man kann auch einen Spaten verwenden, wenn einem das unangenehm ist. Um das Leid so gering wie möglich zu halten, sollten die Schnecken im vorderen Drittel durchgeschnitten werden. Dort befinden sich die meisten Organe mitsamt des Nervensystems. Schneckenbetäuben. Wer Schnecken möglichst human töten möchte, kann diese vorbetäuben, indem er sie für etwa 10 Minuten ins Bier legt. Ein ausführliches Video zum humanen Töten von Schnecken findet ihr unten in der Videobeschreibung. Wohin mit getöteten Schnecken? Auch die getöteten Schnecken müssen irgendwie entsorgt werden. Sie können zum Beispiel als Falle für weitere Nacktschnecken dienen, denn sie sind Aasfresser und fühlen sich von ihren toten Kollegen magisch angezogen. Theoretisch gesehen könnt ihr die toten Schnecken auch in den Komposter entsorgen. Jedoch müsst ihr auch dort damit rechnen, dass andere Schnecken angezogen werden. Andere Möglichkeiten zur Entsorgung der Schneckenleichen wären die Biotonne oder der Hausmüll. Ihr seht, es ist kompliziert, wenn man zu viele Schnecken im Garten hat. Am besten ist es, den Garten naturnah zu geschalten, um Fressfeinde in euren Garten zu locken. Außerdem könnt ihr eure Salate und Jungpflanzen auf unterschiedliche Weise schützen. Ein Video dazu findet ihr ebenfalls in der Videobeschreibung. Wie entsorgt ihr eure abgesammelten Schnecken? Schreibt es uns doch gerne mal unten in die Kommentare. Wir hoffen, euch hat dieses kleine Video gefallen. Wenn ja, dann lasst uns doch gerne ein Abo da, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen. Falls du dir ein Freund des schriftlichen Wortes bist und dir für das Thema Garten interessierst, schaue gern auch auf unserem Gartenmagazin unter www.gartenzeile.de vorbei. Bis zum nächsten Mal.